So meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video und jetzt müsst ihr euch festhalten, was uns EU-Beamte kosten, ist wirklich eine bodenlose Frechheit und besonders mitten in dieser Situation, wo viele Menschen arbeitslos sind, wo viele Firmen schließen, wo viele kleine Unternehmer, Solo-Selbstständige jetzt die Soforthilfe zurückzahlen müssen, ich habe darüber berichtet, geht die EU hin und gönnt sich, sie gönnt sich richtig, 200 Millionen Euro mehr Gehalt für EU-Beamte. Das ist natürlich kumuliert, die gesamte Summe, die BILD hat das aber ganz gut hier mal zusammengefasst, so dass wir da gemeinsam drauf eingehen, verfrühtes Weihnachtsgeschenk für die rund 40.000 EU-Beamte. Wisst ihr, die Grundidee von der EU ist doch toll, dass man ohne Pass von einem EU-Land ins andere reisen kann im Urlaub. Das ist eine schöne Sache, gar keine Frage. Dass man die Möglichkeit hat, richtig gut zu handeln, dass keine Zölle anfallen, etc. Das hat Vorteile, ja klar, keine Frage. Dieses Grundkonstrukt, das ist ausreichend, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das, was hier passiert, guckt euch das mal an, EU-Parlament, wie viele hunderte Leute da sitzen, davon hat jeder zig Mitarbeiter, davon hat jeder irgendwelche Vertreter und so weiter und so fort, das kostet einfach nur ein Vermögen, weil wir reden hier nicht über 200 Millionen, die die uns pro Jahr kosten, nein, 200 on top. So, und so heißt es nämlich hier, niedrigstes Grundgehalt eines EU-Beamten steigt um 57 Euro auf 3.057 Euro und das höchste Grundgehalt steigt um knapp 400 Euro auf 21.163 Euro. Zusammen mit Zulagen sind es rund 500 Euro mehr. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken und weißt du, hier gibt es Leute, Rentner beispielsweise nehme ich da mal, die laufen am 20. des Monats zur Arge, zur Arche, zu sonst wem, laufen den ganzen Monat über über den Parkplatz und gehen Flaschen sammeln, um über die Runden zu kommen. Die EU gönnt sich, die EU gönnt sich richtig. Richtig, das ist eine Unverschämtheit. Eine Lohnsteigerung hier oder Gehaltssteigerung von 1,9 Prozent und rückwirkend, wenn schon, denn schon. Ja klar, man hat ja schon gearbeitet, ja kann man ja rückwirkend nochmal 1,9 Prozent mehr bekommen. Also, wenn du in der normalen Wirtschaft arbeitest und dann sagst, ja, Chef, ich habe dies gut gemacht, ich habe jenes gut gemacht, das Geschäftsjahr ist gut gelaufen und die Aufträge, Auftragsbücher sind ja bei Ihnen auch voll, ich bekomme das ja mit, bin im Einkauf beispielsweise, sonst was tätig. Ich würde gerne eine Gehaltssteigerung haben. Könnte ich die rückwirkend für sechs Monate haben, der würde dich achtkantig rausschmeißen. Also so einen Schwachsinn habe ich im Leben noch nicht gehört. Das ist absoluter Humbug, was hier passiert. Aber klar, wir zahlen es. Wir zahlen es sie einfach. Die Diäten der EU-Abgeordneten, also von jedem Einzelnen, der hier sitzt, steigt auf 9.166 Euro. Und das, obwohl Politiker in Deutschland in diesem Jahr den Gürtel enger schnallen müssen. Die Diäten für Bundestagsabgeordnete, da hatte ich auch darüber berichtet, sind minimal gesunken, um sage und schreibe 70,58 Euro. Ich habe eine Spendenaktion gestartet. Das hat aber keiner gespendet für die armen Politiker, die jetzt nur noch 10.012 Euro pro Monat im Bundestag verdienen. Unverschämt hat. Ja, jetzt kommt hier so ein Hetzer. Michael Jäger, Generalsekretär der Europäischen Steuerzahler Bundes, sprach gegenüber Bild von einer schamlosen Selbstbedienung der öffentlichen Hand und einem absolut falschen Signal. Gerade in dieser Zeit, in der die politische Führung von den Bürgern Einsparung und Verständnis verlangt, müsste die Europäische Union dringend mit gutem Beispiel vorangehen. Das zeigt, wie weit sich Europa von den Menschen entfernt hat. Und das ist wirklich par excellence genau meine Wahrnehmung. Könnt eure mal unten in die Kommentare reinschreiben. Dann habe ich einen Artikel gelesen über den Bitcoin. Da befinden wir uns direkt mal wieder bei Krypto. Wirtschaftsprofessor. Bitcoin könnte schon bald verschwinden. Weil das ein Professor sagt, ist das natürlich ganz, ganz richtig. Nein, das glaube ich eher nicht. Der US-Wirtschaftswissenschaftler Esport Preset scheint nicht sonderlich von der Zukunft des Bitcoin überzeugt zu sein. Zu unpraktisch und ressourcenhungrig sei der Kryptopionier. Andere Kryptowährungen hätten dem Bitcoin einiges voraus. Und grundsätzlich muss man da recht geben. Klar, also Bitcoin ist halt alt. Und klar, die Leute, die jetzt vor Jahren eine neue Blockchain entwickelt haben, einen neuen Coin rausgebracht haben und einen Token, die hatten natürlich den Vorteil zu sehen, was sind die Probleme beim Bitcoin. Die relativ langsame Blockchain, allerdings über das Lightning-Netzwerk ist das Problem auch so ziemlich gelöst. Auf der anderen Seite haben sie dann diese Fehler ausgebessert und eine schnellere, agilere Blockchain gemacht. Zum Beispiel Solana. Solana ist ein ganz gutes Beispiel. Ethereum, ebenso. Ganz gute Beispiele dafür. Nichtsdestotrotz, ich habe in meinem Gedächtnis gekramt und mir fiel eine Sache ein. Und es gab in der jüngsten Vergangenheit, hier 1970er, 1980er Jahren, einen sogenannten Formatkrieg. Der Videorekorder. Und der eine oder andere, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, der wird sich daran nämlich auch ganz genau erinnern. Damals ging es um die Systeme VHS, Betamax oder Video 2000. Und das bekanntermaßen schlechtere System VHS hat sich einfach durchgesetzt. Es muss nicht immer das perfekte System sein, das richtigste System, das beste System, das günstigste, das schnellste und so weiter. Es gibt auch einfach mal die Situation, dass sich etwas durchsetzt, was aber gar nicht mit Fakten und sonst was erklärbar ist. Ja, das ist aber schlechter. Da gibt es ja was Besseres. Aber trotzdessen nimmt der User einfach etwas anderes an. Und so kann ich es mir auch vorstellen, bin ich fest und überzeugt, brauche ich mir noch nicht mal vorstellen. Dann weiß ich, dass es so ist, meiner Meinung nach, dass der Bitcoin nicht hier sich irgendwie verabschieden wird oder ähnliches. Aber schreibt eure Meinung unten rein, wie immer. Ja, als nächstes haben wir hier wieder was von, wie spricht man es eigentlich aus? IOTA oder MIOTA? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Deswegen, ihr könnt es ja mal gerne unten reinschreiben. Es ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Projekt, das ja auch schon seit Jahren immer wieder dabei ist. Der Kurs aber relativ volatil ist. Und jetzt versucht IOTA aber was Spannendes. IOTA drängt mit neuem Projekt ins Metaverse. Und wieder mal eine Nachricht, die ich hier mache über oder mit Metaverse. Ihr bekommt es immer wieder mit, Metaversum. Wir sollen alle in die künstliche Matrix reingeschoben werden. Nebenbei, morgen kommt Matrix ins Kino. Und nein, ich kann nicht hingehen. IOTA will es Facebook und Co. gleichtun und ins Metaversum vorstoßen. Dafür legte man nun mit dem Launch eines neuen Projekts den Grundstein, wie BTC Echo er vorab erfuhr. Exklusive Info wieder hier. Danke BTC Echo. Grüße Ihnen raus. Exklusiv erklärt IOTA-CEO Dominik Schiener die Vision hinter dem Schritt. Ja, ich bin mal gespannt, was sie jetzt hier genau bringen und machen werden. Hier heißt es mit Assembly, wucht das volle Potenzial von IOTA mit neuen Möglichkeiten für DeFi, NFTs und daraus erschlossen. Die Vision von Assembly ist es, offene Welten aufzubauen und zu verbinden einschließlich Metaverse. Also ihr merkt viele, viele Projekte, die jetzt aktuell darauf abzielen. Und weitere Nachricht, die noch dazu gehört, auch zu IOTA, stellt nämlich Genesis-NFTs vor. Und so heißt es hier, um das eigene NFT-Ökosystem aufzubauen. Hm, das zu muss weg. Stellt IOTA heute seine Schimmer-Jerseys vor. Early Adopter soll noch langfristig belohnt werden. Man versucht es halt über jegliche Art und Weise. Das ist nicht unbedingt verkehrt. Ich bin gespannt, ob es so angenommen wird. Es wird einfach die Zeit zeigen. Aber bei IOTA, ich bin da jetzt nicht so extrem bullisch eingestellt. Ihr könnt ja eure Meinung mal unten reinschreiben. Man sollte es schon im Portfolio haben, glaube ich. Verkehrt ist es nicht, aber ich würde nicht alles draufsetzen. Ja, als letztes haben wir hier noch was aus der Milliardärsriege aus den USA. Und einige von euch werden den Mann kennen, Ray Dalio. Ich habe angefangen zu lesen dieses Buch hier von ihm. Habe es euch extra mal rausgesucht. Ich verlinke es euch auch. Ich bin nicht warm geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es irgendwann abgebrochen. So nach einem Drittel, irgendwas, einem Viertel, einem Drittel davon habe ich mir reingezogen. Aber irgendwie, es hat nicht gefruchtet, weiß nicht. Es ist aber auch top bewertet, muss man wirklich fair dazu sagen. Gerade die englische Variante, weiß nicht, haben wir die gerade hier da? Nö. Aber die ist noch besser bewertet. Da sind noch mehr Bewertungen und alles drauf. So, mal kurz rausgesucht. 8400 Bewertungen bei 4,6 Sternen. Das spricht halt wirklich für sich. Wie gesagt, ich bin nicht so warm geworden. Mir war es ein bisschen zu abstrakt, weil diese, also der Titel ist schon geil. Die Prinzipien des Erfolges. Welche Prinzipien verfolgt der Mann? Was hat er gemacht, dass er Milliardär geworden ist und so weiter? Ich habe es mir ein bisschen greifbarer vorgestellt. Vieles war so in Plattitüden gefasst und für mich schwer greifbar gewesen. Und so ein dicker Schmöker mit 688 Seiten. Ja, nichtsdestotrotz, interessant finde ich, was er jetzt hier sagt. Milliardär Ray Dalio rät Anlegern wegen Inflation zur Abkehrung von Fiat, also sprich US-Dollar, Euro und so weiter und Engagement in Krypto. Und das ist wieder ein weiterer, wirklich reicher Mensch hier, der sich bullisch und ganz klar zur Sicherung gegen die Inflation für Kryptowährungen ausspricht. Und wenn man dann zwischen den Zeilen liest, bin ich fest überzeugt, dass der Mann natürlich auch im Kryptobereich schon selber unterwegs ist. investiert ist, um seine Vermögenswerte selber auch zu schützen. Und das ist es ja, was ich immer wieder sage. Die Leute, die natürlich große Vermögenswerte schon angesammelt haben, die versuchen natürlich zu diversifizieren. Und das sollten wir auch machen, natürlich. Das sind Edelmetalle. Guckt euch mein Video dazu gerne nochmal an. Das sind natürlich Aktien, genauso wie ETFs und sowas in der Richtung. Aber eben auch Kryptowährungen sind das in den letzten Jahren geworden. Wenn du natürlich die Vermögenswerte hast, auch Immobilien, also wenn du so viel Geld hast, um aktuell noch in diesen Markt einzusteigen. Aber da gibt es ja auch verschiedene Anlagemöglichkeiten, sodass man sagt, man kauft in einer Gemeinschaft über eine Sparkasse oder sonst was zum Beispiel einen Anteil an einem Gebäude von 5000 Euro, 50.000 Euro oder was weiß ich, was 50 Millionen kostet. Sowas gab es zum Beispiel vor einigen Jahren in Köln, habe ich damals mitbekommen. Leider nicht wahrgenommen, da war ich noch nicht so weit, aber da hätte man dann an, ich glaube Kölnhaus, ich weiß nicht mehr ganz genau, Rathaus, irgendwas von der Stadt auf jeden Fall, wo die Stadt eingemietet ist. Und die Hütte hat irgendwie ein paar Millionen gekostet und man konnte als Kleinstes reingehen mit ein paar tausend Euro. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ich muss einen Bekannten fragen, der es damals gemacht hat. Der ist mit 50.000 reingenommen, der hat reingegangen, der hat natürlich den kompletten Immobilienboom über die letzten Jahre mitgenommen. Das war irgendwo um 2,10 rum und verdient sich dumm und dämlich damit. Da kam jährlich wirklich 7, 8 Prozent oder sowas bei rum. Jetzt nach 10 Jahren ist das ausgelaufen. Ich glaube, letztes Jahr, wenn ich kurz um ein Wäschkästchen mal wieder plaudern kann, könnt ihr in den Kommentar schreiben, ob ich das soll. Ich glaube, den musste er jetzt zurückverkaufen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Ich kann ja gerne nochmal nachfragen, schreibt es mir in die Kommentare, wenn das Projekt euch da interessiert. Weil sowas sind natürlich auch interessante Anlagen. Wie kann man denn in sehr, sehr teurere Projekte reingehen? Weil nicht alles ist so teilbar wie der Bitcoin. Bitcoin einfach zig Stellen hinterm Komma und dann kannst du auch nur 0,000 Bitcoin sonst was eins kaufen. Das ist natürlich attraktiv bei einer Immobilie. Da geht das nicht bei jedem Projekt. In diesem Sinne. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn du so isst, mit einem Daumen nach oben signalisieren. Wenn ihr neu seid, Abo dalassen. Das freut mich sehr. Haut rein. Die Kurse steigen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.